Also können wir hier zusammenfassen, ich bin dann auch schon am Ende meines kurzen Vortrags, also was sind jetzt coole Marken, also coole Marken kennen ihr Why und kommunizieren es aber auch ganz geschickt, die sprechen unsere Emotionen an, wirken inspiriert und aktivieren die Gruppe, die Early Adapters, eben durch ihr Why. Und deswegen ist dieser Golden Circle so wichtig.